Ja, richtig gelesen. Die AfD wird von einer Landtagswahl ausgeschlossen, dürfen also nicht bei der Wahl antreten, können also logischerweise nicht gewählt werden. Nämlich von der in Bremen. Warum? Tja, weil keiner so richtig weiß, wer da eigentlich der Vorstand ist. Klingt komisch und genau deswegen müssen wir drüber reden. Und wer jetzt denkt, naja klar, dass die AfD das mal wieder trifft, wen sonst? Vielleicht aufpassen, denn auch die Grünen hat sowas mal getroffen. Aber was ist da genau passiert? Warum spaltet es sogar die Gemüter der Parteispitze der AfD? Und wer entscheidet sowas eigentlich? Wer oder warum ausgeschlossen werden darf? Und warum wurden eigentlich die Grünen mal ausgeschlossen? Darum geht's jetzt. Und damit willkommen zurück. Und heute übrigens auch wieder mit Steuerbord als Werbepartner mit am Start. Gehen wir das Ganze erst einmal der Reihe nach. Warum wird die AfD bei einer Landtagswahl, in diesem Fall eben in Bremen, eigentlich ausgeschlossen? Wo hat es die Partei scheinbar verbockt? Wie gesagt, wir sprechen hier über die Wahl in einem der kleinsten bzw. den kleinsten Bundesland Deutschlands, nämlich Bremen. Besser gesagt sprechen wir übrigens über die Bürgerschaftswahl, die am 14. Mai 2023 stattfindet bzw. stattfand, je nachdem, wann ihr euch dieses Video hier angesehen habt. Eines vorweg, die AfD auf Bundesebene, die wird ja schon seit Jahren in zwei Lager aufgeteilt. Das für die AfD, zumindest für deren Verhältnisse, moderate Lager und das überhaupt nicht moderate Lager. Aber auf Bundesebene kann man analysieren, dass die Parteispitze zumindest größtenteils an einem Strang zieht. Das kann man von der AfD in Bremen nicht behaupten. Denn dort ist sie eher zerstritten. Und das ist fast beschönigend ausgedrückt. Tatsächlich gibt es da seit jeher krasse Zerwürfnisse. Und diese Zerwürfnisse, die zahlen sich auch in zwei Lager auf. Und das eben seit Jahren. Fast seit der Gründung der AfD, denn knapp zwei Jahre nach der Gründung der AfD 2013, zog die AfD ja auch in mehrere Landtage, Landesparlamente und Deutschland ein. So eben auch in die Bremer Bürgerschaft 2015, damals mit 5,5 Prozent der Stimmen aus dem Stand heraus. Damit war die Partei drin und insgesamt hat sie vier Sitze im Landesparlament in Bremen bekommen. Nur wenige Monate später danach zerfiel die Fraktion. Und trotz des Zerwürfnisses zog die Partei 2019 wieder ein in den Landtag mit 6,1 Prozent und fünf Sitzen im Parlament. Aber innerhalb von wenigen Wochen traten drei der Abgeordneten aus der Partei aus, die damals eben auch geleitet wurde von Frank Magnitz. Vielleicht erinnert ihr euch an ihn. Der ist ehemaliger Bundestagsabgeordneter und 2019 gab es Berichte über ihn, wie er bei einem gewalttätigen Angriff verletzt wurde. Darüber habe ich übrigens damals auch schon mal ein Video gemacht, habe ich euch hier verlinkt, ist schon eine Ecke her. Dennoch, dieser erneute Einzug in den Landtag half nicht groß weiter, denn wie gesagt, die Partei zersplitterte auch im zweiten Anlauf. So und jetzt geht es ja wieder in eine neue Runde, eine neue Wahl steht an. Allerdings, Achtung, mit zwei möglichen Parteiverständen. Ich habe es gerade eben schon mal erwähnt und keiner weiß so wirklich, wer hier der richtige Parteivorstand ist. Es sind nämlich zwei verfeindete Seiten, die aber das generelle Grundproblem der AfD auch widerspiegeln. Und das wird dort dann auch offen ausgetragen tatsächlich. Kleiner Spoiler eben, nicht nur der Vorstand oder die Unklarheiten über den Vorstand sind da schuld, sondern auch, weil die AfD eben Fehler beim Einreichen der Wahllisten sich geleistet hat. Und das darf nicht passieren. Genauso wenig, wie euch Fehler passieren sollten, wenn ihr eure Steuererklärung zum Beispiel für 2022 macht. Und damit das nicht passiert, ist eben die Steuererklärungs-App SteuerBot, die hier als Werbepartner an der Seite stehen, eben vielleicht genau das Richtige für euch. Und auch Studenten sollten das vielleicht mal in eine Wege beziehen, könnte sich nämlich unter Umständen lohnen. Ich wünsche mir übrigens, dass hier Studi Marvin von damals bei Campus TV Mainz schon sowas wie SteuerBot gehabt hätte. Ich hätte es auf jeden Fall damals genutzt. Denn in ca. 20 Minuten könnt ihr eure Steuer ohne Vorkenntnisse super simpel in einer Chatarting-Funktion in der App einreichen. Im Durchschnitt gibt es übrigens in Deutschland ca. 1000 Euro zurück als Steuerrückerstattung. Wo kommt eben auch mit der Coop 10 Euro Rabatt bei der Einreichung der Steuererklärung. Oder einfach den Link in der Beschreibung verwenden. So, auf der einen Seite haben wir da den selbsternannten Notvorstand, der dem offiziell aufgelösten Flügel der AfD und damit Björn Höcke nahestehen soll. Magnitz führt übrigens unter anderem diesen auch an. Auf der anderen Seite haben wir dann aber den selbsternannten Rumpfvorstand mit dem scheinbar offiziellen Vize-Vorsitzenden der AfD in Bremen, Sergej Minnig eben. Der das für AfD-Verhältnisse moderatere Lage repräsentieren soll. So, und Achtung Leute, jetzt wird es an der Stelle ein bisschen frickelig. Weil nämlich keiner der beiden Parteivorsitze sozusagen den Kürzeren ziehen will, hat man gesagt, okay, dann soll vielleicht mal eines der AfD-Landesschiedsgerichte drüber schauen und sich das mal ansehen. Beziehungsweise dann auch das AfD-Bundesschiedsgericht. Und was kam bei beiden Schiedsgerichten raus? Naja, beide sagen und sind der Meinung, dass der Notvorstand der richtige Vorstand sei. So, aber der AfD-Bundesvorstand hat sich dazu geäußert und hat sich auf die Seite des Rumpfvorstands geschlagen. Tja, das Problem und das Dilemma ist eigentlich perfekt. Also, keiner wollte wie gesagt den Rückzieher machen, vor allem nicht unter der Prämisse. Und zwar auch nicht, als man die, Achtung, Wahllisten einreichte beim Wahlbereichsleiter. Das muss man rechtzeitig eben machen, mit den Namen der Politiker drauf, die dann ja womöglich in den Landtag einziehen, wenn sie dann gewählt werden. So, aber was passiert jetzt genau, damit die AfD ausgeschlossen werden kann? Die AfD in Bremen reichte nämlich einfach zwei unterschiedliche Wahllisten voneinander ein beim Wahlbereich oder im Wahlbereich Bremen. Der Notvorstand und der Rumpfvorstand. Das Dilemma war perfekt. Aber was jetzt? Kleiner, aber feiner Exkurs an der Stelle in die Bremer Wahllandschaft. Denn Bremen und Bremerhaven sind zwei unterschiedliche Wahlbereiche. Beides zwei getrennt voneinander stattfindende Wahlen, die aber in einer Bürgerschaft, in einem Landtag dann am Ende zusammenkommen. Der Wahlbereich Bremen hat 69 Sitze im Landtag und Bremerhaven 15. Beide Wahlkreise haben auch jeweils eine voneinander getrennte 5%-Hürde. Rein demokratietechnisch und wahltechnisch eine super spannende Angelegenheit. Übrigens, für den Wahlbereich Bremerhaven hatte die AfD nur eine Wahlliste eingereicht. So, aber nur weil man so eine Liste einreicht, hat es ja noch lange nicht, dass der Wahlbereichsausschuss bzw. der Landeswahlausschuss das dann auch annimmt, akzeptiert und legitimiert und sagt, jo, hier steht jetzt zur Wahl. Ne, die überprüfen das nämlich und haben gesagt, abgelehnt. Also, schauen wir erstmal auf den Wahlbereich Bremen. Nachdem die AfD da eben zwei Listen eingereicht hat, sagte der Wahlbereichsausschuss, der für eine Zulabsage, wie es da zuständig ist, ungefähr das hier, nämlich, man darf nur eine Liste einreichen. Denn wenn wir eine Liste auswählen müssen, wäre das ein Eingriff in die Parteienfreiheit. Sowohl der Rumpfvorstand und der Notvorstand wollten das aber nicht hinnehmen und auf sich sitzen lassen und legten Beschwerde ein beim Landeswahlausschuss, der dann sagte, Also, die Partei hat intern juristisch nicht ganz klar definiert, wer denn rechtmäßig der Vorstand ist. Denn zum einen haben wir hier den Rumpfvorstand, der hätte zum Beispiel eine zweifelhafte Legitimation, die parteiintern nicht geklärt ist. Und beim Notvorstand sah die Kandidatenaufstellung nicht regelkonform. Es könnte auch eine ganz andere Partei dadurch profitieren, die ungefähr in Bremen jetzt an der Stelle am gleichen Themenrand existiert wie die AfD. Habt ihr eigentlich das Gefühl, dass kleine Parteien nach wie vor auch in der Berichterstattung komplett unterrepräsentiert sind? Ja oder nein? Oder seid ihr euch vielleicht gar nicht sicher? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Vielleicht kann ich auch daran was ändern, wenn ihr sagt, ja, 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 du solltest unbedingt mal auch mit Parteivorsitzenden sprechen, die von kleinen Parteien kommen. Also, lasst mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. So, und aus Sicht der AfD kommt es jetzt noch schlimmer. Denn nachdem man im zweiten Wahlbereich Bremerhaven nur eine Liste einreichte, die auch vom Wahlbereichsausschuss dort akzeptiert wurde, beschäftigt sich jetzt aber trotzdem der Landeswahlausschuss doch nochmal auch mit dieser Liste und kam zu dem Schluss, hm, es fehlt auch hier schlicht an Legitimation. Ausgeschlossen. Und weil die Entscheidung des Landeswahlausschusses final ist, kann man daran jetzt auch nicht mehr rütteln. Nur nach der Wahl wäre das nochmal möglich, aber das würde tatsächlich an der Stelle doch ein wenig den Rahmen sprengen. Damit ist auf jeden Fall die AfD dort komplett raus. Dabei ist sie aber auch nicht die erste bekanntere Partei, die eben von einer Wahl ausgeschlossen wurde. Nein, ich habe es wie gesagt am Anfang schon mal gesagt. Wir erinnern uns an die Bundestagswahl 2021 und an die Grünen. Denn im Saarland konnte man damals zur Bundestagswahl nicht die Grünen wählen. Die wurden dort insgesamt von der Wahl ausgeschlossen. Warum? Auch hier wurden Verstöße bei der Listenaufstellung gegen das Demokratieprinzip festgestellt. Ich habe damals dazu auch ein Video gemacht. Ich habe euch hier mal einen kleinen Ausschnitt zusammengestellt, aber das ganze Video findet ihr auch nochmal hier im i verlinkt. Nika Zöllner, also Landeswahlleiterin, die das eben sozusagen dann auch präsentierte nach außen, sagte, dass hier gegen Demokratieprinzipien verstoßen wurde mit dem Ausschluss der Delegierten von diesem Parteitag. Als schwerer Wahlfehler wurde das Ganze bezeichnet. Übrigens mal an der Stelle, ich liebe es, solche kleinen Themen zu behandeln. Also egal jetzt zu welcher Partei, aber das sind ja Themen, die wirklich an der Basis, wenn man so möchte, im kleinen Bereich, im kommunalen Bereich eben zeigen, wie Demokratie funktioniert. Und das eben für eine Wahlaufstellung am Ende des Tages auch alles stimmen muss. Dass eben solche Wahlausschüsse existieren, dass diese schon ihre Legitimität haben. Es gab übrigens damals zur Bundestagswahl 2021 auch große Kritik daran, dass der Bundeswahlleiter auch so viele Parteien insgesamt in Deutschland zugelassen hat. Mehr als 80 Parteien standen ja zur Bundestagswahl 2021 zur Wahl. Gab es auch viel Kritik daran. Wie kann zum Beispiel eine Partei mit knapp über 50 Mitgliedern wirklich und ernsthaft die bundespolitische Willensbildung irgendwie darstellen? Aber trotzdem, sowas zu beleuchten, glaube ich, hilft auch am Ende des Tages das Gesamtkonstrukt eines Bundeslandes beziehungsweise auch einer Bundesrepublik zu verstehen. Aber wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, wie eine Wahlrechtsreform, was auch ganz gut dazu passt, aussieht aktuell und was die Ampelregierung vorhat und warum vor allem auch eine Frauenquote kommen könnte, hergesetzt, dann schaut mal in dieses Video rein. Kann ich euch nur empfehlen, danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen, abonniert gerne und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke, euer Marvin und bis dann.